hohe hier hat sich nebenan durchstehen wenn man so ein bisschen blöd ist sich vielleicht mal ändern und ganz knapp erlebt da was hat nichts gemacht na ja 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 du bist besiegt ich hab ja sollte man merken wenn man besiegt ist ich hab das, der hat nicht irgendjemand bemerkt hier ist noch ein Rohr, ja drehen wir mal ein bisschen natürlich auch oder wer kennt ihn erst mal 90% schon weiß ich angriff und angriff wow zwei gegriffen erledigt, das finde ich schön 30% die heilung nimm das das zuckermann nicht wahr äh ja, das schützt ja genau zwei boah was die Gima wirklich nicht umgedacht hat angewandene W17 sehr schön sehr schön naja die Gifahr nicht jetzt ja drehen wir da auch mal ein bisschen rum drehen wir hier einfach mal ein bisschen rum warum nicht ich weiß was passiert auch wir tun es einfach mal das wäre jetzt mal wieder hier ah ne da wären wir immer noch nicht durchgekommen ich dachte gut dass ich erst diesen Weg genommen habe mhm okay so ein kleines könnte ich mir schon wieder machen sein Ota Otto äh Otamamon genauso heißt die oh ja hat sich weh getan wow 108 wenn ich nicht verguckt habe böser Schaden alter was soll der Scheiß so da komme ich jetzt nicht klar das ist jetzt ein bisschen gemein ja ist okay naja gut dann macht man dann Geheilung so auf sich selbst ja halt 200 das ist schön dann kannst du noch jemanden heilen das ist nett äh da 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 das ist eben irgendwie blöd man weiß nicht was die was die Gegner aus dem Digimon kündigen aber ich weiß nicht so genau wie was die Information machen soll aber ich denke ich werde gleich ältere Effemania am einander stellen einfach wegen der Heilung und wenn ich merke dass da geht schon eine Attacke an die 3 Digimon treffen kann die 3 also die 3 Felder lang geht in der Attacke dann kann ich sie auch mal wieder auseinander nehmen jetzt kriege ich sogar mal auch mitten im Kampf also werde ich das jetzt mal so machen das waren 30 Aqua und äh 22 Maschinen Erfahrungspunkte ok dann wollen wir mal die Formation ein bisschen ändern wieso nein so ja dann stellen das sollte gut funktionieren hm wie groß ist wohl denn dieses Gebiet ich weiß auch immer was es bringt aber ich drehe trotzdem an hier im Rohr ok weiter gehts oh ja das ist eine sehr gute Information aber es sollte klar sein warum oh ja oh ja oh ja nein jetzt schön mal so ein bisschen die Hälfte abgezogen komm dich erledigen ja mit dem Quid auf jeden Fall du musst mal irgendwas das jetzt fertig sehr schön sehr schön sehr schön Gourmon hat jetzt fast keine MP mehr das ist weniger gut Halmon erledige es oh du solltest es erledigen was tust du denn danke so das so kann man es halt echt als Maschine oh geht noch mal ein Level ab das heißt jetzt hat wieder voll MP okay boah man hat wieder mal ein Level ab gut äh nicht Etems Gourmon ähm nein tauschen 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 wir Orgen macht auch wieder voll wir nehmen das mal ab in Ammon rein ja so auf die Erd kann ich mir immer ein bisschen MP-Chips sparen wenn ich immer das Digimon wenn Digimon auswechse oder was bisschen Level abhaben sparsame Methode da kann man lang da ist eine Kiste die ich noch nicht aufmachen kann naja ich hoffe sagen hat man schon mal den da weit naja natürlich oh 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 das war ja wenn ich mal aus ich reingegangen bin merke ich grad hm naja gut Angriff und Angriff hm so das ist weg muss ich jetzt Digimon so einzudäder körperten das ist jetzt eben die beste Möglichkeit die ich habe ja wir greifen das an dam 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 oh oh Gott das war jetzt böser Schaden da ist wohl gleich eine Heilung nötig da ist wohl gleich eine Heilung nötig ich glaube nicht ist das reich oder doch gut der Terriermann das ist meine Heilung nötig ja Heilung und auch ein bisschen Heilung nötig und Terriermann hat vielleicht kein MP mehr hm bäm in your face stirb das wär nett oh ja jetzt ist es ich verwundere grad dass das Digimon vergiftet werden kann ist das nicht schon sowas wie Gift naja egal wird's auch nicht passiert das ist mir nötig das ist mir nötig naja gut wir wechseln Terriermann gegen an das wird ja das ist mir nötig die 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 1 gut auf sich auf das scheiß auf das scheiß auf das muss jetzt aber ich muss einfach mal sagen das ist doch so doch wie es aussieht naja gut wie es aussieht angriff ja warum habe ich das gemacht ich habe mich verdrückt verdammt das ist ein fail hier erledige jetzt den scheiß auf oh man ich habe so ein pech du trainer man du erledigst jetzt den scheiß auf was ist denn noch ein angriff da so so das ist auch schön wie groß ist das gebiet doch aber ich glaube es sieht fast wie endos ja ich sehe schließlich ist es eh das bei dem bosskampf steht dann gebe ich jetzt auch mehr als besuchpunkte und ihr auch ja volk von abschock bekomme ich nur euch komplett das ist ja auch toll das reicht ja sowieso nicht was ich möchte das reicht ja sowieso nicht was ich möchte das reicht ja sowieso nicht fertig und tschüss ja 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 Vielen Dank.